good guy ich stolper mal gerade was wlan kam nein 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 oh man oh nein und diesen kleinen trecks teletubby bei mir ja stritt, ich weck dann falscher killer der ist auch klein, den kann man auftreten aber es gibt nicht die spielmechanik der geht richtig nach haupthaus ja, ich seh'n ich nicht, das macht mich nervös Also ich hab nicht ihn gesehen, ich hab das rote Licht gesehen, mehr kannst du von dem Flieger auch nicht sehen. Ich hab Füße hier. Ja. Ist da ein Geleid? Ich glaube auch hier ist Weller. Hm. Ach komm, das ist zu spät, der geht. Wir sitzen an drei verschiedenen Stamps, das ist actually really nice. Und da kommt er. Ja. Oh. Er macht Puppenspesen, schön Zeug. Er ist bei mir. Ich geh wieder nennen. Ja. Ich hab über eine Werte dabei, ich kann dann auch schneller heilen, wenn ich abrufe. Hm. Nice. Sollte hier weg. Oh mein, ja. Er hat sein eigenes Perk dabei, ich bin nämlich One-Shot. Aber ich hab ja Distortion, er hat mich gar nicht gesehen. Wo geht der denn hin? Oh fuck. Oh shit. Er ist hinter mir, er ist hinter mir. Äh. Nein, nein, nein. Warum seh ich dann die ganzen Fußlapscher hier? Ach, ich bin verwirrt. Das ist deine, das ist wenn er im Tarnmodus sitzt, das ist normal. Ach so, dann das okay. Dein Light übrigens. Hab ich schon gecallt. Geht ihr mit der Taschenlampe eins über? Äh, nein. Behalt die Taschenlampe da, wo sie ist. Er hielt mich hoch. Der Typ wieder mit dem Anzug. Wie hat, äh, wer hat das? Sepp, war das glaub ich gestern der Versicherungsvertreter? Er geht zurück zum Haken. Na klar, ich bin One-Shot. Deswegen. Plastiktüte. Okay. Nein. Ist schon verlängst vorbei, Chucky-Boy. Ich geh abhocken. Ah. Ah. Thank you very much. We will make it. Oh. Aber ich muss ja... Ich muss ja... An... Anhooks mit, äh, Yui machen und deswegen hab ich gedacht, dann... Trotz ist das doch eigentlich ganz gut, wenn ich das auch mitnehme. Ja. Äh, ich muss noch eine einzige Grille-Klüfe. G-G-Glüfe? G-Glüfe? G-Glüfe? G-Glüfe. Er kommt. Er kommt! Er kommt! Gar nicht reißt oder so. Ich hab auch keine Ahnung, was du meinst. Wenn er schreien anfängt, musst du eigentlich nur irgendwie an ihm vorbeikommen und reden. Naja, ich hab ihm die Palette auf den Kopf gehauen und Koni hat in der Zwischenzeit den Can fertig gemacht. Ich bin einfach sitzen geblieben, ja. Frisch als siegt und so. Ja. Hi. Ich hab da was im Schlepptau. Ja. Hello, hello. Wo ist er? Äh, ja. Da! Hallo! Aber ich hab meine letzte grüne Klippe gefunden. Weee! Okay, ich hab vielleicht abgeschmiert. Sorry. Jo, nicht schlimm. I don't say this. Nee! Ja! Im Schrank, aber man schreit doch gar nicht. Wenn man... oder? Okay, ich dachte, doch eigentlich schon. Naja gut, ich... Ich hab schon schon gut. Naja gut, ich... naja gut, ich war ja jetzt im Schrank. Okay, nein, er ist hier. Oh fuck, ich geh zum Anhuck. Tschüüüüüür. Ist er doch nicht hier? Wo ist er denn? Ich hab ihn doch lachen. Hat ein Kinderschenk. Oh Gott, bin ich jetzt schon so paranoid. Ja gut, ich hab den kleinen Scheißer am Hals, also... Den geh ich ja gucken. Er ist in seinen Maut. Nein. Nein. Jo, Adrag Baby, tschü' Oh Mann, jetzt kommt er hier rum. Nein, jetzt kommt er hier rum. Kein nöt. Nein! Nein! Lass mich ein roter kleiner Pumuckler verpässt dich, Mann! Ich geh jetzt da an! Autsch! Wo bin ich denn eigentlich? Keine Ahnung! Wir haben auch geschrien! Ich bin... Ach, du bist ja auf Session! Hat sich grad gewechselt, ja. Ist weg! Die Fußdapscher machen mich wahnsinnig! Ja! Oh fuck! Ist da, ist da, ist da! Oh! Hilfe! Don't help me! Abbau um OP, wirklich nerf! Oh fuck! Fass mich an, der ist ganz da hinten. Wir haben Zeit! Ja, ich hab dein Leid drauf! Ja, ich hasse Puppen! Ach wirklich? Du auch? Ich will nicht hoch! Ja, solche Puppen auf jeden Fall! Oh! Das finde ich auf Session! Toll! Ich versuch mal Richtung Becky zu gehen! Hm, der ist auf jeden Fall weggegangen! Aber ich weiß nicht wohin! Aber ich weiß nicht wohin! Ey, die Fuß... Ach! Okay! Ey, die Fußdapscher macht mich wahnsinnig! Ich drehe am Retscher hier! Jake ist mit ihm in der Mitte der Map! Hm... Hier, das Tor ist 99, wo ich ziehe, gell? Ja, okay! Ah! Fass-Heal! Da geht jetzt auf Jake hin, glaub ich! Fass-Heal! Achso, Fass-Heal! Okay, okay, okay! Wir können auch das Tor hier hinten noch aufmachen! Gehen wir zurück zu Jake, oder? Was ist denn? Ich probier's mal! Hm... Hängt halt eben direkt vorm Ausgang! Also, wenn Chucky da jetzt nicht kämmt, dann weiß ich auch nicht! Nee, er ist bei mir! Und wo bist du? Ihr könnt abhucken gehen! Ich bin da! Und wo bist du? Nicht beim Tor! Ja, das ist schlecht! Ich bin auf dem Weg Richtung Trottel! Bleib doch mal stehen, Jake! Ich hab' mein Maike tun! Keiner! Bubi, gib mir ein Zeichen! Nicht in den Ausgang rennen! Ach! Ach! Du Scheiße! Hallo! Hallo! Kannst du nicht davonlaufen? Kannst du nicht davonlaufen, sagt es nicht! Ja, doch! Eben doch! Ne? Siehst du ja! Ach, du liebst ein bisschen! Hm? Ich hab' alle meine drei Jailies in der Runde durchgerusht! Also, außer die Jens halt eben! Ja, Skybatch und Xenomorph! Nichts davon hab' ich im Spiel geknnen! Also, Kawasaki!